Das war jetzt aber gemein. Ich schlage immer zu kurz. Das Problem ist, wenn die einen angreifen, sobald die einen packen, ist es wieder vorbei. Das ist ja mein Problem bei der ganzen Sache. Das ist ja mein Problem bei der ganzen Sache. Okay, erst wenn die zum Sprung ansetzen. Äh! Mann! Was soll die Pisse? Verlieh gleich die Geduld. So. Muss ich den Kopf mitnehmen? Ah, okay, so kommen wir wahrscheinlich hier durch. Finger weg von meinem Kopf. Und dass wir weit genug von denen wegbleiben. Aber die sind aber auch nicht mehr so ganz normal. Ach, Mann! Ich hab's kommen sehen! Seriously, ich hab's kommen sehen. Okay, so schnell wie möglich. Das ist doch krank. Also da, dass da die Lehrerin so ein bisschen durchdreht. Ich kann es sogar verstehen. Ich stelle mir gerade vor, was wohl passiert wäre, wenn der uns jetzt den Kopf runtergerissen hätte, dann wären wir sowas von tot gewesen. Die Schüler sind aber alle nicht mehr so ganz normal, oder? Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass die... Achso, nee, noch nicht. Die kloppen sich da... Glück gehabt, dass hier hinter nichts ist. Können wir bitte unseren Hut wieder aufsetzen. Danke. Okay, den werden wir wahrscheinlich hier ran stellen müssen. Oder auch nicht. Krabbelwald oben rüber. Verrückte Puppenschule hier. Und ich hab's ja so mit Puppen. Yay, geschafft! Ist das da ein Hirn? Was genau ist jetzt passiert? Ah, ich glaub' ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das ekelhaft hier an. Oh, shit. Pfui, Deibel, Heinz. Schnell hier runter. Aber schön, dass sie ein Sozialleben hat. Mit nem Messer. Okay, sie geht nach nebenan. Komm, mach die Tür auf. Oh, hier können wir einfach durchlaufen. Das ist schön. Jo. Wir müssen aber irgendwie auf den Tisch, glaub' ich. Aber wie sollen wir hier... Aufkommen. Ohne, als wir gesehen werden. Oder hier... Oh, nein. Nein, ich muss das nicht ernsthaft tun, oder? Sie hat uns nicht gesehen. Alles klar. Boah, weh, die kommt jetzt hier nach drüben. Ich bin safe. Safe. Gott sei Dank. Autsch. Aber die Lehrerin macht doch schon das Leben einen ganz schön schwer hier drin. Aber ich möchte gar nicht wissen, ob es nur six ist. Ich bringe ja voll zusammen. Mehrkünft für gleich. Ja, toll, dafür krieg' ich sie jetzt. Dankeschön. Nein. Och, Mann. Was sind das für Kinder? Die wollen einen mal umbringen. So. Ja, ein Schritt näher. Da haben wir das schon ein bisschen wie vorhin. So. Alles klar. Komm her. Ach, Mann, ey. Es darf nicht wahr sein, ey. Ich hab solche Probleme gegen diese Kackpuppen. Oh, ey, ey, hier rast du gleich aus. Ey, das Timing, das muss perfekt sitzen. Wollen wir mal ein bisschen Krach machen. Ey, ich fritz gleich den Controller auf. Meine Fresse, ey. Den Hammer, den nehm ich mit. Der Schrank ist überhaupt nicht überfüllt. Okay, da geht's nicht weiter, also. Ich hab... Ach, come on, ey. Okay, wir fangen aber ab hier wieder an, also von daher, die Checkpoints sind schon fair. Nur, es ist nervig. Wenn die aufschreien, muss man drücken. Ich krieg die Kotze langsam. Ey, also ganz ehrlich, der Teil ist weitaus sackschwerer als der erste. Ich soll, wenn ich das sagen muss, aber es stimmt. Nee, kommt nicht. So. Nein. Komm. Mann. Meine Fresse. Nee. Es ist frustrierend so langsam. Also, wenn es jetzt viel schlägt, dann renne ich durch. Nö, Mistviecher. Nö, Mistviecher. Alter. Das sieht mir noch falle aus. Es ist nicht mehr normal. Ich hätte es mir ja denken können. Ich muss auch eigentlich nur glotzen. Eigentlich muss man ja nur nachglotzen. Scheiße. Ich brauche doch noch den Hammer. Ach, Mann. Ne, man muss festhalten. Ich hätte die auch einfach anlocken können. Los, komm her. Ich glaube, es geht los. Ach, da oben hängt Six. Alles okay. Bist du tot? Six. Habe ich sie jetzt umgebracht? Nein, hier geht's gut. So, weiter geht's. Wir müssen aus dieser Schule raus. Komm, hilf mir mal. So. Jetzt können wir auch hier raus. Aus dieser total verkackten Schule. Oder wir gehen einfach nur ins Nebengebäude. Ja. Vielen Dank.